also das video wollte ich euch auf jeden fall nicht vorenthalten es geht auf jeden fall heute um hermes und zwar hatte ich in der letzten zeit auch ein paar probleme mit hermes die konnten meine pakete nicht zuzustellen oder die wurden anscheinend zugestellt obwohl sie nicht zugestellt wurden und jetzt habe ich ein video gefunden warum das ganze auch so bei hermes gehandelt wird jetzt schauen wir uns das gemeinsam hier an also versuch nummer eins schon mal auf dem boden und jetzt versuchte das ganze dann noch mal so und beim dritten mal schafft er es dann hier auch tatsächlich das paket zuzustellen ja also daraufhin wurde er natürlich gekündigt das wurde so von hermes auf jeden fall veröffentlicht und war ja auf jeden fall abzusehen dass das höchstwahrscheinlich passieren wird und ja wenn euch das unfassbar informative video hier gefallen hat dann lasst ein like da und folgt mir auf instagram bis zum nächsten Mal